Willkommen zu einer neuen Runde Zombie-Modus, mit dabei Marv zockt, Servus, Greis, Hallo und Darlucat. Hallo, ha, dabei ich schneller. Schönen guten Tag. Es bringt euch hier gar nichts, die Kills zu stehlen. Natürlich. Marv sieht sehr gebildet aus mit seinem Charakter. Oh nein, ich bin Onkel Benz. Lady Kreis ist wieder am Start. Ich kann nicht mehr gewinnen. Lady Kreis ist back in town. Ziehst du die Zombies stärker an? Ja, 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 weil ich schwarz bin. Achso. Ich gehe als erstes drauf. Das ist doch klar. Gibt doch Sinn. Total. Ich bin Huibu, oder? Das ist Schlossgespäten. Ich habe auch mal drüben die Turbine. Ich nehme mal hier den Venti und setze ihn mal hier hin. Ach, ich hatte voll Lust, ihm ins Gesicht zu schießen, ey. Wem? Dem Zombie-Mann. Wem? Dem geheimen Zombie, der an mein Fenster geklopft hat. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Zuckung. Eigentlich wollte ich ihn reinlassen, aber dann dachte ich mir, nein, er muss sterben. Ich wollte nur das Gebiet sichern. Du stinkst, hat einer gesagt. Hat er es zu mir gesagt? Wie frech. Wer klaut mir denn schon wieder hier meine ganzen Kills? Unglaublich. Irgend so ein gieriger Jude. Nichts gegen Juden. Da, 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 da. Was passiert denn da immer? Marv oder so? Ja, ja. Ich schieße hier immer auf andere Zombies. Ich würde da gerne ein Fenster bauen, aber da liegt die Nuke vor. Ja, dann nimm sie jetzt halt. Oder wie viel kommt da noch? Ich nehme die Nuke. Du bist total wahnsinnig, man. Extrem. Ja, extrem. Ach, dann nagel ich ein bisschen. Und ich mache mal hier die Turbine. Irgendeiner muss ja mal wieder hier den Verstand bewahren und ruhig bleiben. Der alte Mann versucht wieder Sachen zusammenzubast. Ich dachte, du bist der ausgebildete Techniker. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei denkt. Meine Güte, jetzt ist nicht witzig. Ja, ich habe Kinder. Oh Gott. Unter deinen Abonnenten. Da habe ich ganz viele. Oh, Insta-Kill. Geh doch mal hier drüben bei dir hin, alter Mann. Ich schieße doch gar nicht. Das ist mein Fenster hier, wie bei so Prostituierten. Das ist aber auch so. Ich habe mir das hier harter kämpft. Ihr schaut wieder eure Beine aus dem Fenster. Hallo, Zombie. Wenn es nur die Beine wären. Da hat einer auf meinen Zombie geschossen. Ich glaube, da hinten. Da guckt einer. Er guckt so. Komisch. Das sind alle viel zu gierig. Wisst ihr das? Also, ich habe schon 17 Zombies getötet. Guck mal auf meinen Cash. Weißt du, ich habe 760 Mücken. Das zeigt, dass ich überhaupt gar nicht gierig bin. Ey, hier, weg hier, Farmer-Boy. Du brennst, alter. Geh mal lieber ein. Wie in Norddeutschland. Brennst du, sagen die zu dir, wenn du verwirrt aussiehst? Ich messer dir jetzt. Ich muss sparen. Ich bin auch die ganze Zeit am Messern. Ich bin nur am Kopfschutz zu verteilen. Das sieht in der Statistik dann immer gut aus, ne? Ja, darum geht es doch, oder nicht? Ach. Oh, Munition. Ja, besser ist das. Trax, finde ich mir nicht. Ich brauche mal was sparen hier. So, da kommen die nächsten. Granaten haben wir auch mehr als genug. Meine Güte, ja, ich bin hier immer wieder am Klauen. Immer wieder am Klauen. Ich helfe dir. Rückkehrt. Helfe. Der Kelm mit der kurzen Hose. Da passt doch gar nicht so viel Cash rein. Ich brauche das alles, ja? Wie gesagt, ich habe Kinder. Okay, wir sollten gehen. Ich glaube, er ist nur ein Gierschlund, das ist alles. Gierschlund. Ja, ich rette wieder den Tag. So sieht es aus. Ach so? Wer erzählt sowas? Ich habe einen Gummistiefel an, ja? Einen Gummistiefel. Mit dem trete er dir in den Hintern. Jetzt gehen wir nach draußen. Nehmen wir hier die Turbine, mein Junge. Diesmal gehe ich mit raus. Hallo, ich bin erst beim Bus. Guck mal hier, guck mal hier. Ich bin erst beim Bus. Was ist jetzt los? Wie ist denn das jetzt schon wieder gemacht, ey? Ja, damit hat niemand gerechnet. Der alte, wirklich nicht. Oh, eine Bambusschubse. Der alte Mann. Uncle Benz hat eben noch ein paar Drecks. Ich will hinten sitzen. Die Coolen sitzen immer hinten im Bus. Ich will am Reifen sitzen. Jetzt hatten ihr da schon wieder zum Schießen. Wer ist dafür bezahlt? Also ich habe kein Ticket. Fahrt ihr auch immer schwarz? Hahaha. Nur weil ich war. Oh, jetzt liege ich am Boden. Wo ist denn hier meine Rückendeckung? Oh, jetzt raus Rückendeckung, ja? Gerade hat sich zu Randassan gehört. Hebt den alten Mann auf, er hat einen Herzinfarkt. Jetzt gibt er noch zu, dass er der Schwarzfahrer ist. Und dann beschwert er sich noch. Dass der Schaffener kam und ihn umgeschützt hat. Ich habe hier keinen Respekt, kein Mitleid. Ich habe gedient. Ich habe meinem Land gedient. Das habe ich auch gemacht. Als Schwarzfahrer. Steuergelderhochtreiber. Ey, da hinten gibt es eine Kanone. Und, kriege ich hier mal einen? Na, sieh mal einen an. Schön, hm? Das war eine sehr hübsche Granate. Aus dem Bus ist das ja eigentlich relativ öde, irgendwie. Wieso denn das? Weil die immer weiterfahren und dann bleiben die Granaten liegen. Ja, dann musst du sie ja kochen lassen. Guck a nade. Schön aufkochen, bis sie gar ist, aber nicht zu lange halten. Sonst ist sie durch und dann... Und deine Finger auch. Ey, der Typ ist total hartnäckig. Ja, ja. Das ist der Michael Phelps, Alter. Oder wie heißt der Typ, der... Ne, das war der Schwimmer, ne? Und, ähm, raus. Boah. Was ist denn noch so dabei? Die hier. Ach, ich habe hier gar keine Waffe gekauft. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das sieht mal einer an. Mal gucken, wo hier das Teil ist. Und, 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 und. Ich bekomme... Komm schon. Sehr schön. Okay, wartet mal, wartet mal. Jetzt können wir hier möglicherweise endlich mal die Tür bauen. Die habe ich schon dabei. Okay, dann müssen wir ins Diner. Ja, die... Ne, das Ding vom Diner habe ich schon. Die Tür brauchen wir noch. Ja, dann schaut mal hier. Die muss irgendwo hier sein. Schaut mal hier in jede Ecke. Gut. Großartig. Ich denke, nur noch einer lebt. Ich würde sagen, wir lassen ihn am Leben. Ähm, ich nehme die Tür mit. Du könntest mich hier aufheben. Wir sollen ihn voran leben lassen. Geht mal weg, nicht höher. Er hebt mich mal auf. Ich nehme ihn mit. Okay. Na komm, mein Freund. Alter Mann, was ist es so schön. Okay, jetzt nimmt jemand die Tür mit oder soll ich sie mitnehmen und jemand nimmt meine Turbine? Ich nehme die Tür. Ah, hier. Ach so, okay. Ich habe den Zombie mal abgenommen. Ihr klärt das. Ich kümmere mich um den Zombie. Nein, er rennt kreis hinterher. Warte, da hinten. Könnten wir, Moment, ganz schnell da hinten noch hin? Er riecht meinen Verbrechen. Der muss, der muss fährt. Warte, 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 warte. Das kann so ein Muss fahren und nicht sein. Ich habe was Tolles. Alle in den Bus. Ich habe was Tolles. Der Bus fährt los, geballtig. Kies. Weg, geht, weg, geht, weg. Ihr Miesen, ihr Miesen. Komm rein. Hehehe. Weiter. Oh, jetzt habe ich gar nichts dabei. Kein Schild und gar nichts. Ha. Ha. Du Killer, ey. Ha. Wie kommst du da hoch? Tja. Ihr springt auf meinen Kopf. Ich duck mich. Nur alte schwarze Männer können da hoch und Leute, die extrem weiße Beine haben. Das ist krass. Ha. Dann wünsche ich euch beiden da oben viel Spaß. Ich bleibe hier vorne beim Fahrer. Hat er gerade gesagt. Oh, Beine. Ich habe die weißen Beine gesehen. Ey, das ist voll scheiße. Man rutscht hier oben runter. Ha, ha. Oh, das war richtig knapp. Ich war fast tot. Ich hatte Todesegust. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Wir sind gleich wieder da, ne? Ja, wir sind gleich wieder da. Dann los, alter Mann. Okay, gehen wir diesmal hoch ins Dorf, oder? Ins Dorf? Ja, also da hinten. Oh, hier drüben Double Points nimmt er erst mal. Uh. Double Deepin. Wow. Er hatte keinen Schädel. Konnte aber dennoch kämpfen. Ja, wie so ein Huhn. Das hat vorhin bei mir auch einer gemacht. Wir haben noch was krasses. Ja, wie jetzt? Ihr Drecksäcke. Los geht's hier. Ja, dann geht mal da drüben hin und bastelt was. Was habe ich euch mitgenommen? Warum lege ich den schon wieder am Boden? Ich weiß auch nicht, was du machst. Ich bin dehydriert. Tragisch. Richtig aufheben. Ich habe Schnapps. Hat jemand eine Flasche Kokosnusswasser dabei? In meinem Gummistiefel. In meinem Gummistiefel. Deswegen hat er den an. So, Instant Kill ist schon wieder vorbei. Wollen wir gleich noch eine Runde weiterfahren hier? Ja, oder wir bauen hier was. Das könnten wir auch noch. Was willst du denn bauen? Keine Ahnung. Ein bisschen was anbauen. Wir sind ja eh gerade auf einer Farm. Ja, wir können hier eine MG bauen. Oh, Double Points. Ich habe gehört, der Busfahrer will gleich los. Komm mal mit. Hier gibt es eine Remington, wenn jemand will. Und ich gucke mal ganz schnell. Der Bus, will der schon weg? Bestimmt. Noch nicht. Noch nicht. Guck mal hier nach Teilen. Na, jetzt kommen sie wieder. Schreiner? Ich weiß auch nicht. Das hat er auch gerade gesagt bei mir. Ja, ja, das ist mal wieder alles zunagelt. Mafkan, sie hat sich beim Nageln einfach nicht unter Kontrolle. Ja, da nagle ich einfach alles zu. Irgendwo hier muss man ein Rasenmäher finden. Eine MG. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit ab jetzt. Warum? Der Bus wird auf jeden Fall jetzt gleich weiterfahren. Oh, ich habe keine Munition. Glaube ich allerdings auch. Oh, ich bin ja mal weg. Okay, dann gehen wir weiter, komm. Ich bring euch noch was mit. Ist der Bus noch da? Ne, jetzt hubt er. Nein. So, dann fahren wir mal weiter hier. Willst du nicht nach oben gehen oder so? Dann fahre ich runter. Also, ich trau mich nicht. Ich probier's. Naja, geht's. Die Map ist bestimmt am Tag auch ganz schön. Nö, hier oben ist ganz in Ordnung. Kommt mal hoch. Ne, ne. Mag jemand Mais? Na, geht's. Wir sind schon wieder an einem Feld. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Wie sinnvoll. Das war so die Ablenkungsgranate. Da waren drei Granaten. Wo sind wir jetzt gleich? Wir müssen aussteigen. Jetzt sind wir gleich bei der Stadt und da war ich noch nie. Noch nie so richtig, weißt du? Ich bin ja so ein ländlicher Typ. Als Landstreicher und Onkel Benz. Also, unser Commander kam noch nie so weit wie beim Anfang hinaus, ja. Naja. Ja doch, ich war schon dort. Da war... Oh, klar. Die alten Storys. Damals. Mal gelesen. Vor der Apokalypse. Da einkaufen. So, wir sind da. Ach, hier waren wir schon mal. Ja, aber hier war ich noch nie drin. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Kauft mal jemand auf. Hallo. Die Scheune. Also, da nicht mal runterspringen. Der Resident Evil Tunnel. Yeah. Oh, das ist... Umbrella-Labor. Aua, die haben mich umgehauen. Oh Gott, Junge. Da folgt euch jemand. Mädchen. Ich gucke mich im Umbrella-Labor um, aber hier ist nicht viel. Ich verliere mehr Blut als hier. Das ist ganz schön wie Sommersprossen. Auf den Tetten. So, ich bräuchte ein bisschen Munition. Die haben ja Munition hier irgendwie gesehen. Hier drüben kann man was bauen. Nur keine Ahnung was. Hm. Du hast ja ein New Level, ey. Da sitzt ein Teddybär. Hm. Strom müssen wir einschalten. Ich habe was gefunden. Ich habe ein Teil gefunden. Dann geh mal da drüben hin. Engine-Part. Die kommen da schon wieder. Wie so Knastbrüder. Das lag hier auf dem Boden. Das sieht man so gut wie gar nicht. Das Ding hat auf weißem Boden... Aber hier, was kann ich denn hier machen? Ah, sieh mal einer an. Ich habe auch was. Was ist das? Ein Hebel? Ein Hebel? Damit müssen wir bestimmt den Strom irgendwo einschalten. Denke ich auch. Ich treffe nichts mehr. Vier Schuss habe ich noch. Dann kauf dir eine Waffe. Oh, Stuhlinger. Wo gibt es denn hier eine Waffe? Oh nein. Hier, ich liege hier direkt am Eingang. Warte, ich komme vor euch noch. Ja, warte, ich hole dich. Komm mal hier zu mir rein so ein bisschen. Mann, wird man hier geblendet. Damit kannst du zuhauen mit V. Oder wo auch immer. Moment, 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 Moment. Oh, 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 oh. Oh, wie er weggeflogen ist. Was hast du getan? Boah. So. Danke. Jetzt ist das Teil kaputt. Super. Boah. Junge. Wow. Ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Bleib da, bleib da, bleib da. Ist jemand hinter mir. Noch nicht, aber jetzt. Moment, ich hole den nächsten. Deckung. Deckung, 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 Deckung. Ich bin am Ballern, bin am Ballern. Moment, ich hole ihn. Ich bin dran. Oh, ich lebe, danke. Oh, Nuke. Gute Idee. Oh nein, der Bus. Der Bus, wie kommen wir jetzt hier raus? Keine Ahnung, wir müssen ihn was bauen. Dann brauchen wir den Strom, den hab ich dabei. Und dann können wir... Wir haben alles zugemacht, wir kommen hier raus. ...das Kinderschänder-Mobil irgendwie ins Leben rufen. Trotzdem kommen wir hier raus. Das Pädomobil? Das Pädomobil. Da sitzt der Bär drin. Deswegen sitzt auch überall hier dieser Kuschelbär rum. Ja, hier drüben. Siehst du irgendeinen Hebel hingeklebt und... Keine Ahnung, vielleicht sowas? Hier ist noch so ein Teddybär. Da hängt irgendwie einen Arm dran. Hm. Munition, alle mal nachladen. Oh, nicht gleich einladen. Nicht einmal gleich einsammeln. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab ein bisschen gewartet. Es ist so hell, ich seh hier kaum was. Shiny. Kreis hinter dir. Finger weg, du Grabschein. Oh, schon wieder ein paar Mal daneben? Ja, der ist weg. Hier werden wir eine Weile sein, hier unten. Zum Glück haben wir ein Mädchen dabei. Ach, was soll das heißen? Nein! Hier kann man auch nicht dicht machen. Aber wo könnte hier noch was sein, das wir einsammeln können? Ja, wir müssen mal ein bisschen gucken. Wir sollten einen Crawler machen. Auf die Beine schießen wir die Crawler, oder was? Nee, eine Granate. Achtung, Double. Warte. Warte. Echt, hast du? Ja. Dann lass den am Leben. Drei Stück sind. Soll ich sie dezimieren? Nee, hol erst mal die anderen weg. Hier kommen ja noch genug. Lass sie mal am Leben. Ich seh meine Munition gar nicht. Oh, 95 Schuss hab ich noch. Ja, die innen, die macht. Wow, nein. Oh, hier hinten sind sie. Oh, danke. Achtung, Instant. Okay, super. Da kommen die Crawleys. Nimm die mit und lock sie ein bisschen rum und wir alle schauen uns jetzt um. Wenn wir hier aus der Hölle wieder rauskommen. Haha, ihr habt keine Beine? Lass aber beide am Leben. Ich glaub, wenn nur einer am Leben ist, dann wird der letzte schneller. Ich hab da irgend so was gehört. Die machen hier Human Centipede, denkst du? Das ist so ein ekelachter Film, ey. Hier, ich hab was. Ja, dann nimm's mit in den guten alten Blaupausenraum. Bin schön dran. So, schauen wir doch mal. Was hab ich hier noch? Na, hier hab ich noch jede Menge. Wir kriechen den Weg. Oh, läuft. Nein, du hast sie getötet. Die Zombies sind durch den Strom tot und ich sterbe auch an dem Scheiß. Aua. Schalte halt wieder aus. Ja, aber wie? Ja, was machen wir jetzt? Bist du bekloppt, ey. Was soll das? Hier steht, sie müsste erst den Strom wieder einschalten an dem Tor. Das Ding explodiert. Ich glaub, es überlädt. Ey, Jungs. Also, ich setz mich hier hinter die Scheibe. Ach gut, Leute. Das war's. Das war gut mit uns. Tür ist auf hinter euch. Raus. Raus, raus, raus. Oh, was geht hier ab? Hier ist wieder, kannst du wieder was bauen? Special Level hier. Boah, krass. Ich hab was. Wir haben hier nur so eine kleine Kack-Plattform oder was? Oh nein, Jump'n'Run. Erste Platz steht. Meine Urfeinde. Schlechte Idee. Fuck. In 2D ist Jump'n'Run immer in Ordnung, aber so, ey. Wenn man springt und da runterfällt, ist man dann kaputt? Ich weiß nicht. Am Maffa grad drüben, dann schaff ich das auch. Achtung. Controller Boy. Oh, wir sollten hier wirklich weg. Okay, Monty. Oh, Mann. Wir sollten hier wirklich weg. Oh, sammel die Nuke ein. Oh, schnell wieder belegt. Ich mach, ich mach, ich mach. Ich mach. Baller, du. Okay, ich versuch zu springen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab's geschafft. Wird dir runtergefallen? Jesus. Ja. Der alte Mann hat mich blockiert. Du bist der alte Mann. Du bist der alte Mann. Ich bin der Hosenmann. Alt und weiße Knie. Ja, gar nicht. Ihr müsst die Welle machen, damit wir hier... Oh, Joggernaut. Da unten ist der Bus. Da unten ist der Bus. Oh, ich bin tot. Oh, nein, bitte nicht. Oh, ich bin tot. Oh, Mann. Was für ein tragisches Ende für uns. Verdammt. Aber diesmal sind wir ein bisschen weitergekommen. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.